Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Seminar zum Thema One-Stop-Shop. Es gibt eine Ergänzung, die wir Ihnen gerne aufzeigen möchten, weil wir in den letzten Tagen neue und wichtige Informationen bekommen haben und wie es unsere Art ist, werden wir selbstverständlich Veränderungen und Ergänzungen immer wieder an Sie herantragen. Auch wieder der Hinweis, wir sind keine Steuerberater, auch keine Rechtsberater. Grundsätzlich können wir das Gespräch mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater nicht ersetzen. Wir werden die Dinge aus unserer Sicht und der Sicht der Amazon-Geschäftsvorfälle gerne erläutern, aber bitte denken Sie daran, dass Sie auch immer wieder mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater diese Dinge diskutieren und entscheiden müssen. Vorstellen wollen wir uns auch. Mein Name ist Werner Schober, CFO der AMA Service GmbH. Die Änderungen und Ergänzungen, die ich heute vorstellen möchte, haben etwas mit der Ermittlung der Umsatzschwelle zu tun und mit dem Formular, mit dem Sie sich beim OSS anmelden, in Punkt 3. Dort gibt es eine Klarstellung dieses Punktes 3, wenn Sie denn ein Lagerland neben Ihrem Händlerland nutzen. Schauen wir uns erst die Situation der Umsatzschwelle 10.000 Euro an. Wie Sie wissen, wird die Umsatzschwelle für Sie als deutscher Unternehmer, das gilt auch für einen österreichischen Unternehmer, für Warenlieferungen vor dem 1.7.2021, grenzüberschreitend steuerpflichtige Lieferungen. In unserem erwähnten Beispiel wie folgt ermittelt, es fand eine Lieferung nach Österreich in Höhe von 4.000 statt, nach Frankreich von 3.000, Italien 2.000 und Niederlande auch 2.000. Nach dem früheren Prinzip haben Sie hier in keinem Land die Lieferschwelle überschritten. Die Lieferschwelle gibt es ab dem 1.7. nicht mehr. Wir reden jetzt von der Umsatzschwelle. In der Gesamtsumme haben wir hier 11.000 Euro und damit ist selbstverständlich diese Schwelle überschritten. Auch die zeitliche Komponente ist relevant. Die Ermittlung erfolgt im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021. Das heißt, es reicht, wenn in einem dieser Zeitzyklen die Grenze überschritten wurde, dann sind Sie ab dem 1.7. diesen Jahres das zum Bestimmungslandprinzip verpflichtet. Bitte denken Sie auch daran, dass im Jahr 20 steuerbare Lieferungen in die Gebiete von Großbritannien ebenfalls bei der Ermittlung der Umsatzschwelle herangezogen werden müssen. Wenn denn dann in diesem Zeitraum die Umsatzschwelle nicht überschritten wurde, war es bisher so, dass bei Nichtüberschreiten bis zu einer Grenze von 10.000 Euro, quasi in der Zukunft, Sie Ihre Umsatzsteuer im Händlerland erklären können. Nur, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich heute besonders eingehen möchte, gilt dies nur bei Lieferungen aus Ihrem Händlerland. Beispiel, Sie sind als deutscher Händler mit Ihrem eigenen Lager in Deutschland unterwegs, haben darüber hinaus FBA-Lager in Deutschland und haben die Umsatzschwelle nicht überschritten. Dann gilt diese Situation der Ermittlungen bis 10.000 Euro. Ab dem ersten Euro nachüberschreiten sind Sie dann Bestimmungsland verpflichtet, aber bis dahin eben nicht. Wenn Sie jetzt als Unternehmer, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied zu dem, was wir bisher gekannt haben, das ist also die neue Situation, eine Lagerlandnutzung in Deutschland, in Polen und in Tschechien betreiben, sind Sie damit bei einer innergemeinschaftlichen Fernverkaufssituation, sprich Warenlieferung grenzüberschreitend im CU-Ausland, ab sofort verpflichtet, diese Umsatzschwelle von 10.000 Euro nicht mehr zu betrachten. Das heißt, in dem Moment, wo Sie ein Lagerland neben Ihrem Händlerland in Polen oder Tschechien zum Beispiel nutzen, hat die Umsatzschwelle für Sie keine Relevanz mehr. Das bedeutet, dass Sie unabhängig davon, ob Sie jetzt die Schwelle überschritten haben oder nicht, in dem Fall nicht überschritten, trotzdem ab dem 1.7. das Bestimmungslandprinzip anwenden müssen, egal ob die Umsatzschwelle überschritten wurde oder nicht. Kurz wiederholt, Sie nutzen Lagerländer neben Ihrem Händlerland. Dann gilt für Sie diese Umsatzschwellenermittlung von 10.000 Euro in der Vergangenheit gar nicht mehr. Dann sind Sie auf jeden Fall verpflichtet, ab dem 1.7.2021 das Bestimmungslandprinzip anzuwenden. Beispiel österreichischer Händler hat neben seinem österreichischen Lager ein Lager in Deutschland, was die meisten unserer österreichischen Mandanten so betreiben. Sie haben eine Warenlieferung grenzüberschreitend aus diesen beiden Lager nach Europa. Unabhängig davon, ob Sie jetzt eine Schwelle überschritten haben oder nicht oder noch klarer gesagt, egal, auch wenn Sie unter der Umsatzschwelle liegen, sind Sie ab dem 1.7. verpflichtet, nach dem Bestimmungslandprinzip zu versteuern. Das liegt eben daran, dass Sie neben Ihrem Händlerland ein Lager im europäischen Ausland, in dem Fall in Deutschland, betreiben. Die Konsequenz daraus ist dann die Ihnen bekannte Konsequenz. Ab 1.7. gilt grundsätzlich das Bestimmungslandprinzip und die Umsatzsteuer wird immer in diesem jeweiligen Bestimmungsland fällig. Also der Unterschied zu den bisherigen Erkenntnissen liegt darin, wenn Sie neben Ihrem Händlerland ein weiteres Lagerland nutzen, müssen Sie, obwohl Sie eine Umsatzschwelle vielleicht nicht überschritten haben, trotzdem ab dem 1.7. in Ihrem Händlerland, der Deutsche in Deutschland, der Österreicher in Österreich, das Bestimmungslandprinzip anwenden. Und das bedeutet natürlich eine Registrierung zum One-Stop-Shop. Dann schauen wir uns jetzt im Rahmen dieser Registrierung den Punkt 3 an. Und dieser Punkt 3 im Rahmen dieser Registrierung, wenn Sie sich als deutscher Händler bei MeinBob unter Einbindung eines Elster-Zertifikates dort registrieren wollen, haben Sie hier auf der linken Seite fünf verschiedene Punkte, die relevant sind. Eins und zwei sind Daten, die Sie selbstverständlich wie Firmenstammdaten hinterlegen können. Hier geht es jetzt um den Punkt 3, Angaben zu festen Niederlassungen und anderen Einrichtungen zur Lieferung von Waren. Dadurch, dass Sie eine Lagerlandnutzung im europäischen Ausland haben, haben Sie definitiv keine feste Niederlassung in diesem Land, sie haben aber sehr wohl eine Einrichtung zur Lieferung von Waren. Das ist der Punkt, den wir jetzt als solchen festhalten und festschreiben können. Und das hat folgende Konsequenz. So sieht dann die Unterseite aus, wo die jeweiligen Lagerländer zu hinterlegen sind. Den rechten Teil habe ich jetzt hier vergrößert, sodass Sie in dem Moment, wo Sie ein Lagerland nutzen und dort eine gültige Umsatzsteuer-ID haben, hier exemplarisch als Beispiel andere Einrichtungen hinterlegen. Es ist eine andere Einrichtung im Sinne dieser Registrierung. Sie nehmen das Lagerland Polen. Natürlich, wenn Sie weitere Lagerländer haben, Tschechien, Frankreich, Italien, sind die nacheinander alle hier zu hinterlegen. Also hier ist jetzt das Lagerland Polen als Beispiel. Sie tragen hier Ihre Umsatzsteuer-ID Ihres Lagerlandes ein. Sie tragen sich hier als Handelsname mit dem Namen Ihres Unternehmens, wenn Sie Einzelfirma sind, Ihren eigenen Namen ein. Und hier kommt dann die Lageradresse des jeweiligen Lagers in diesem Lagerland. Und diese Lageradresse, die finden Sie wie folgt. Erst einmal noch der Hinweis, dass alle Lagerländer außer Ihrem Händlerland hier eingetragen werden müssen. Das heißt, Lagerländernutzung Polen-Tschechien sind beide Lagerländer Polen und Tschechien hier mit IDs zu hinterlegen. Es darf auf keinen Fall Ihr Händlerland, obwohl Sie dort ein Lager betreiben, hier hinterlegt werden. Also das bitte nicht. Aber jedes Lagerland neben Händlerland. Dann geht es um die Lageradressen der Amazon-Lager. Hier diesen Link. Ich zeige jetzt exemplarisch, was sich hinter diesem Link verbirgt. Das ist dann die Startseite. Hier werden also von Amazon sämtliche Länder und die darin befindlichen Lager aufgelistet. Dann kann man hier das Land Polen aktivieren. Und dann sehen Sie hier die jeweiligen Lagerländer in Polen. Und Sie wählen sich dann eins dieser Lagerländer aus. POZ 1 zum Beispiel oder WRO1. Das waren die ersten Lager, die es in Polen gab. Deren Adresse wird entsprechend in dem Bereich, den wir gerade hatten, hinterlegt. Und damit können Sie dann hier diesen Vorgang abspeichern. Das gleiche wiederholen Sie für jedes andere Lagerland. Wie Sie gesehen haben, ich gehe noch mal zurück, haben Sie hier auch alle anderen Länder, in denen Amazon über Lager verfügt. Damit sind wir mit den aktuellen Ergänzungen und Änderungen schon durch. Trotzdem noch mal mein ausdrücklicher Hinweis. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater über all diese Punkte, auch für die Registrierung beim OSS. Die Expertise Ihres Beraters wird hier sicherlich von großer Bedeutung sein. Und wenn ihr an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, wissen Sie, sprechen Sie mit uns. Wir helfen gerne. Wir danken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen noch einen schönen Tag.